Samira Klampfels, 28, Körper hat einiges geleistet. Vor knapp drei Monaten sind die Influencerin und ihre Bachelor in Paradise Liebe Serkan Yavus, 29 Eltern einer Tochter geworden, die kleine Nova Sky Sya ist jetzt ihr neuer Lebensmittelpunkt. Wie alle Mütter hat auch die Visagistin während der Schwangerschaft zugenommen, daraus hat sie nie ein Geheimnis gemacht. Nun gab sie ihren Fans ein weiteres Update zu ihrem After-Baby-Body, Samira ist total stolz. Via Instagram veröffentlichte Serkans Freundin jetzt ein aktuelles Spiegel-Selfie. Samira hat sich hier in knappen Sportklamotten von der Seite fotografiert und präsentiert ihren schlanken Körper. Daneben zeigte sie ein altes Spiegel-Selfie aus der Schwangerschaft mit XXL-Kugel, von der ist inzwischen nichts mehr zu sehen. Auch die neue Mami ist total begeistert. Lieber Körper, du bist wundervoll. Kaum zu glauben, was du geschaffen hast. Ich liebe dich, schrieb sie dazu. Doch so sehr Samira das Mama sein genießt, es überfordert sie auch manchmal. In ihrem Podcast Samira Serkan in Paradise berichtete sie Ende Juli ehrlich von ihrer ersten Woche alleine mit Baby Nova, es war krass. Ich hab mich fast vergessen in dieser Woche. Es war einfach so stressig. Ich hab so einen Nervenzusammenbruch gehabt. Ich habe so zu heulen angefangen, offenbarte die Beauty. Serkan war zu dem Zeitpunkt unterwegs für einen TV-Dreh. Geräusche Ich bin der